Die Meinung eines Landtagsabgeordneten im Bezirk Mistelbach. Für mich ist dieser Windpark unser regionaler Beitrag für ein nachhaltiges Energiesystem und einer lebenswerten Umwelt für unsere Kinder und Enkelkinder. Was kann man sich da besser wünschen und vorstellen, als eine Region voller Windräder, ein richtiger Windradwald. Hier lässt sich's leben. Die Meinung eines Landtagsabgeordneten im Bezirkus Die Meinung eines Landtagsabgeordneten im Bezirkus Die Meinung eines Landtagsabgeordneten im Bezirkus Das war's. 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 Das war's.